Anna hatte ich kennengelernt, das war gerade so die Übergangszeit zum Rollstuhl, die natürlich sehr, sehr schwer für mich war. Um ehrlich zu sein, habe ich mir da auch am Anfang gar nicht so Gedanken gemacht. Das war halt so, ja, das ist halt der Tarek und der braucht halt einen Rollstuhl, okay. Aber das stand irgendwie für mich überhaupt nicht im Vordergrund. Ich wurde fast überhaupt, Anna hat mir diese Angst genommen. Und wenn man als junger Kerl aufwächst und weiß, man ist gehandicapt und man weiß, man ist nicht so wie die anderen, ist in seinen Bewegungen eingeschränkt und so weiter, dann macht man sich natürlich schon Sorgen. Hey, wie kommt das denn beim anderen Geschlecht an? Und werde ich irgendwann überhaupt jemals eine Freundin bekommen? Und genau in dieser Phase habe ich Anna kennengelernt und Anna hat das einfach, sie hat das gar nicht gestört. Und sie hat mir da total die Angst genommen. Ich weiß aber, dass es durchaus diese Blicke gibt, diese Blicke, oh Gott, der junge Kerl, warum sitzt der im Rollstuhl? Ist das seine Freundin? Krass, die ist mit einem Rollstuhlfahrer zusammen. Die wenigsten Menschen haben das gelernt. Also deswegen nehme ich ihnen das auch nicht übel, aber es wäre schön, wenn man das irgendwann mal schafft, die Leute so zusammenzubringen. Er kommt gar nicht raus ohne mich aus der Wohnung, weil die Wohnung hat zwar einen Fahrstuhl, aber das ist total clever gelöst. Nach dem Fahrstuhl kommen nochmal Treppen und zwar einmal runter und einmal wieder hoch. Das packt er halt nicht ohne mich. Was ich an Anna schätze, ist ihre Toleranz, ihre unglaublich große Hilfsbereitschaft. Dass man ihr das nicht anmerkt, dass sie da jetzt irgendwie, ich sag mal, mehr Leistung abbringen muss, als wenn sie sich jetzt von den gesunden Menschen entschieden hätte. Sobald dieser Gedanke mitschwingt von, die könnte doch eigentlich was Besseres kriegen oder so, dann denke ich, also das nervt halt, wenn die Leute den so mies auf diesen Rollstuhl reduzieren, weil ich glaube, das ist der kurze Freund, den ich jemals hatte. Ja, nee, wir sind ein ganz normales Pärchen, schön, dass ihr zugesehen habt.